also wunderschönen guten bonjour bei neuen fallout shelter mit ihrem wunderschönen wald besitzer und auf sie am märz play anja cool das ist egal und da guck mal max ok hier könnten auch in appearance auch in appearance kann auch bis zu appearance gebrauchen und wann los sein und dann schicken wir raus, wupp wupp, ja hat Röja Murad Beil, hat man schluss noch gucken, dass ihr druck könnt, die GTA hat mir das Wasser hier schon, ähm, ja, tun wir mal einen, und komm, hol mal der Keton, ähm, ja, dann gehen wir doch mal hier gucken, hol mal irgendein, wo gestöhnt ist, ne, und den können zurück die Mensch, hol mal, hol mal es halt auch einfach so, und wir machen mal Trebeten, was, was ist Trebeten, Trebeten, wie ist das, was Trebeten ist, eine gute Kuss auf den Böck treten, ja, ähm, babadabada, okay, cool, dann gehen wir mal hieran, erforschen die Hölle, äh, Hölle, ja, ah, äh, ganz kurz, ich fahre den, der Weekend, fahre, äh, fette Musik, kennt ihr vielleicht, bei den fette Musikers, ähm, tschüss, ja, fette Musik, zu diddling, war cool gewischt, ähm, es sind eigentlich, schon mal, weil, hat ganz viele Leute geschwattet, was sie da ja, sind eben so hin, ähm, es ist ein, ähm, das ist ein schöner Gang, lauf, ja, äh, ein Bands, zwei Bands, ja, ähm, 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 sos geht die, lauf, äh, fette Musik, zu diddling, natürlich, nur, äh, äh, die Leute, um es zu sehen, mal die Leute zu schwarzen, Punkt, sos geht die, nauf, äh, fette Musik, Ich finde, ihr habt ja etwas ernstes gesehen. Määä, ich gebe wenigstens Musik zu tun. Nein, ich habe äh... Im Englischen, mannst, ein... ...25 Leute gesehen. Und da haben wir als Teilstand schon... ...deelweis, dass ich nicht mehr gesehen habe. Und ja, das ist ein Däffklass. Uh, jetzt muss ich anpassen. Ich darf schon nicht zu viel damit leben. Jetzt muss ich ein bisschen mehr konzentriert sein. Und ja, bei der Vettelmusik... Das war tatsächlich alles geschieht. Aber das ist eigentlich Negatives. Das lassen wir sowieso hören. Aber das dann eben... Ich gewischt. Ein Tippchen. Ähm... Wo du gesehen... Wo du gesehen... Ich kann schon... Ähm... Auch schon ein bisschen mehr lang. 2, 3, 4, 5... Weil... Und ja... Und da komm ich an... Geil zu ist auf der Bank. Ah, moin. Ah, wie geht das? Blablabla. Ich wusste nicht mehr. Ich wusste nicht mehr hinzustechen. Und du kommst dann... Ah, ja. Geil. Ah, was lässt du jetzt tun? Und du kommst... Ah, ja. Ja, ja. Er wird was enttog gewischt. Und so... Huh. Ich weiß nicht, ob der hat schon etwas passiert. Das ist mir... Ähm... Wie geschieht das da jetzt? Aber das Problem ist, ich kenne relativ viele Leute. 2, 4... 1... 2... 1... 1... 2... 1... Waaah... Nicht gerade, wenn ich kratzt. Ja, und das fand's er eben als Wunder... Schafss... Respektiv fand's er als... Ähm... Was dann äh... Sie ganz viele Leute für dich kennen. Und... Da so furcht passen... Und da könnt's... Das ist auch nicht furcht bei mir, ich kann echt das Gesicht verhälen wie nur oder ähm, ja okay, du bist an diesem Segment und du bist an dem anderen oder so. Aber das ist cool. Es sind immer noch gegangen für mich zu amüsieren, ich bin schon sehr gut amüsiert. Jeder wäre gut gewischt. Gut, dass die Fettler-Musik gut wiederbestellt wird. Nein, die Fettler-Musik gut wiederbestellt, das können sie nicht. Ach, da können sie. Jetzt kommt die Fettler-Musik gut wiederbestellt. Ich habe den Allop-Ein. Komm mal einen und dann holen wir den anderen. Was geht das denn mit, Jov? Rums und dann, hey, du hast noch einen Kuhl-Hoi. Ja, die hat so voll der Schild in der Tasche, 10, 15 Minuten. Voller Schild, wie gesagt. Ja, die Pippen sind jetzt die Bass. Nicht so Blablabass, sondern so richtig Bass sind sie. Wohl, weil ich schon noch Stimpaks hier gebraucht habe. Ich habe auch Stimpaks gekriegt, natürlich. Das ist groß. Ich habe auch noch einen Kuhl-Hoi. Ich habe das nicht mehr, weil ich das so gut gekriegt habe. Ich habe das nicht mehr, aber ich habe das nicht mehr in der Tasche. Schöne mal, ich habe das nicht mehr in der Tasche. Ich habe das nicht mehr in der Tasche. Ich habe das nicht mehr in der Tasche. ja wie gesagt schon ich kann ja indisch geht es war lecker das war ähnlich wie sie komischen sie komische bellchen weil das gewirsch an und der gewickelt mit ebenso mit hamelfleisch ja indische fleisch ja ich habe ein bisschen mit martin du geschwäst ja die lütze wo ich gesagt ganz komisch sind nicht lützebücher vorher im land ziehen geil okay die wir zugreifen ganz kurz ja 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 das ist ein bisschen geschwäst um Ja, ich bin hier in der Schwertze mit Leuten immer. Oh ja, kein Problem, oder? Ich bin kein Asi. Ich bin wohl überhaupt. Für mich selber. Und ich bin gefreut, weil verschiedene Leute kommen, ja, Indisch muss hier immer schwach sein, weil das ist also keine Richtung Indisch. Das ist Schwachsinn, das ist Bullshit. Wie ist das? Sie wissen ja doch, weil sie hier Indisch sind. Und für was ich hier gefreut? Es gibt verschiedene Restaurants, die machen dann Indisch für Europäer. Schaf, schaf, schaf. Das ist Schwachsinnig. Das tut ihnen eigentlich mit ihrer Kultur, oder mit ihrem Essen zu dienen. Aber ich weiß es nicht. Und er könnte dann auch gesagt, ja, die Leute denken immer, dass Indisch Schaf kommen muss. Ja, aber das ist ja auch falsch. Das wissen wir ja alle gut. Ja, aber ich habe gedacht, ja, wie kommen die Leute drauf? Ja, aber Fernseher. Und ja. Und da komme ich ja. Aber ich habe ja gut, dass das nicht ähm, lauter äh, vegetarische Sachen. Und da könnte so, ja, vegetarisch, äh, vegetarisch und vegan, äh, äh, ne, es gibt auch Fleisch, und es gibt auch sogar Kogies zu haben. Sie ist sogar, Mähbeizien. Äh, äh, ach, äh, ich weiß jetzt, ja, weil ich aber, muss mich weiter für meinen Tellerrand heute so gucken. Äh, ja, wirklich so ein, aber das ist bei langen Halbstunden so in der Halle, und das war noch im Gang nach, ob zu riech, da blablabla, ich war ja nicht die Kleine. Ich meine, so cool Bälsche, wie ich mal Tammelfleche, und das hat mega gut geschmacht. Lecker. Anja, so kann ich auch da ein bisschen Kultur erleben. So nicht wie im Training so. Ja, wie gesagt, ähm, wenn da um so etwas geht, da könnte der Kultur mattho erlernen. Ja, mit dem muss ich da. Und da, dass immer mit App ist, werde ich so hören. Ähm, fehlt der Schluch aufgegriff oder nicht, das war ein bisschen egal. Wir, wirklich, das war definitiv egal. Ähm, wir wollen helfen. Nur, wir brauchen fertig. Wir wollen nämlich den Nachschub filen. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10. Also, und ich weiß doch noch was einst du war doch auch nach ihr so passt alle arabiaten und so weiter und so fort gelb in zwei drei vier ja weil das schneck hat mich ist geht es eben ab es alles dass sie essen wie er einen dummen blöden thüringer an einem map wurscht geht bei die stammt er probiert an ihr ja mit das aber mit der ja ja welt handgemacht aus und nicht einfach die wurschen auf die grill klacken an die brechen abschneiden und dann ketchup oder muster drüber machen oder mayonaise wenn nach mayonaise fällt oder fritzendraschmeißen sorry das ist ein besonderes das da könnt ihr kulturbereichern dann gibt man einen anderen geschmack von euch gerne in thüringen oder kulturbereichern ist relativ selten züringer mittwoch oder fritziger hat gell da kannst du auch gerade gut heim jessen oder ich gehe nicht wie gelow und ein boot oder oder an ihnen im imbis aber wenn ich dort hat es eigentlich kann man kein indisch kreiner chinesisch oder andere sachen da probieren ich es ja also wie sie so klein kreiert wird die es nur geht aber das aber leider so ich kann nicht nur eine andere die ihr könnt anderen in der stütze so leid dann freien sie sich oder schwarze zwei drei vierte martine na los die kleinen trinkgeld wird auch gemacht und der freund bleibt sich auch mit das aber so schwer das ist ein bisschen traurig und leid dann wissen ihre klänge so kann man lieben an ja das ist nicht cool gewesen gut amüsiert mit viel leid geschwärzt ins ötland ja du kannst dich nicht verschwollen doch die dort kann ich nicht verschwollen passen bewohner an ok bei ihm wollen wir schon bei ihm sitzt immer die nächste friseur wenn ich bei ihm also bis zur preis man stadt ist für den dinge zu können diese zwei stetigen und ich krieglo die tue auch du kannst du und war 2 up up yes gutemol gutemol ähm ich weiß noch schlicht hinein um zurückzuholen nee wenn ich gucken sie brauchen ein ich bringe sie zurück sammeln u achten achten und ok wir sind alle rum ready to go und dann schicken wir es rum hm uuuh du kannst ja 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 ja